Lasst falsche Hoffnung wahren! Vergesst was gewesen! Es ist vollbracht! Wahnsinn hält Einzug! Spinnt den Irrwitz vor! Ah! Oh nein! Ah! Nein! Nein! Meine kostbare Domäne! Und die Güste! Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft! Bitte Hutmacher, du hast es versprochen! Wo fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir! Sofort! Jetzt ist keine Zeit für Öl, deine Themen! Es ist Zeit für den Tee! Über Züge kannst du mit Sohn! Daher habe ich Spiegel nicht übertrieben! Kommt schon Leute! Wir können trotzdem freundlich sein! Ich habe einen schönen Datschi! Trinkt! Trinkt! Hehehe! Meine Erinnerungen sind zerschmettert! Ich will sie zusammenfügen! Aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert! Hilf mir! Du hast es versprochen! Bitte den, der er denen hübt! Die sich selber helfen! Das kann doch sein, oder? Das kann doch sein, oder? Kann nicht formuliert! Er verdiente den Tod! Und ich ertrinke gleich den Tee! Und Ignoranz! Ich habe mir eine Nymphe an Land gezogen! Gelobt seien alle Heiligen! Seine Wege sind unergründlich! Was machst du mit ihr? Nehm sie mit in die Mangled Mermaid! Und mit mir ein Bett! Im dunkel lässt sie es gut rum, ey! Was macht ihr denn da? Was ganz natürliches, Schätzchen! Für mich ganz und gar nicht! Pfoten weg! Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen! Nanny kannte sie! Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt! Hätte keiner Lust auf diese Brühe! Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an! Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht! Weiß nicht, was du meinst! Bin die Wohltätigkeit in Person! Wenn ich dafür nichts tun muss! oder? Ja! 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 Ziemlich! Ich kann ja! Ja! Untertitelung. BR 2018 Komm, wir schleichen ins Hinten raus, kippen mit der Mangled Mermaid noch ein Pein. Komm, wir schleichen ins Hinten raus. 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 So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Wo ist mein Geld, du dreikiger Mistkerl? Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt frisch... Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitter-Hexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, näss ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Liddell. Was ne nette Abwechslung. Bewegt dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Oh, oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Hier ein winziger Hirnkitzler für eine winzige, na für dich. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Perfekt. Musik 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 Musik